und machen wir dann go macht dann wahrscheinlich die musik auf minimal ok leute ich fange mal mit der story an wie es überhaupt dazu gekommen ist und so weiter warum ich das jetzt anzeige und so weiter ich nutze dieses program selber schon längere zeit also ungefähr ein halbes jahr für mich hat es gut geholfen mein ping zu fixen zu stabilisieren und bisschen niedriger zu machen das ist nicht das erste programm was ich nutze sondern dies ich habe schon so viele programme getestet davor gehabt und dies programm war das einzige was wirklich qualität gezeigt hat und wirklich gut funktioniert hat das ist das ding dabei genauso ein problem hatte florix gehabt er hat vorgestern auf twitter geschrieben dass er übelst die ping drops hat und so weiter und ich dachte okay mal schauen ob man helfen kann mit dem programm weil ich weiß dass das programm übelst gut funktioniert er ist ausprobiert er hatte wirklich hohe ping spikes und so weiter bis zu 200 ping und mit dem programm haben wir es eingereicht eingestellt hat installiert und probiert und es hat bei ihm ein ping gefixt er hat dann stabilen wieder 30er pin gehabt und es hat wirklich gut funktioniert danach waren wir auch im discord call wollten die anderen jungs auch aus dem discord das ausprobieren haben das genauso getestet und es hat genauso zum beispiel bei oma von 50er 40er ping auf ein 6er stabilen ping auch genauso ergebnis gezeigt also genauso den ping verbessert von oma deswegen haben die genau ich habe die haben halt mich auf twitter geschautet und darüber halt getweetet dass ich erlmann bin und den geholfen habe und deswegen habe ich übelst viele dms bekommen und jetzt wegen diesen ganzen dms weil ich wurde voll gespammt machen wir jetzt auch genauso den diese einstellung mit euch was das programm ist es ist einfach ein programm was du installiert download ist dann einstellst laufen lässt immer wenn fortnight durch staat ist und das war's du musst nichts außergewöhnliches machen genauso was wirklich wirklich geil bei diesem programm ist ihr könnt ausdruck sein ping im chat schreiben das ist mal der link auf diese seite bitte geht jetzt alle auf diese seite die im chat sind und das einstellen wollen diesen link anklicken drauf gehen und habt ihr diese seite wie ich offen in eurem browser so was wir hier machen was wir einfach ein rev link ja das ist auch ein rev link referat link das heißt alle die also ihr alle werdet euch registrieren es genauso ausnutzen und ich erkläre weiter also das beste an dieses programm an diesem programm ist ihr könnt drei tage also ein free trial haben das heißt ihr könnt drei tages ausnutzen testen und wenn es gut funktioniert und euch etwas bringt könnt ihr es kaufen und lizenz holen für ein halbes jahr oder für ein jahr oder für ein monat also ihr könnt es auch dann benutzen deswegen klicken wir auf drei tage trial drauf wir registrieren uns mit eure e mail ich nutze gleich meine zweite e mail ich habe schon account aber machen wir noch mal so wir registrieren uns klicken auf create my account dann bekommt ihr sowas dann geht ihr auf euer posteingang und aktiviert natürlich bekommt dann eine aktivitions e mail ich mache es gleich mal mit euch und ihr müsst dann aber nur confirm klicken in der e mail dann leitet es euch weiter auf die seite so bei mir ist es auch passiert ich kann mich jetzt einloggen in dem account wartet so wir logen uns ein so jetzt sind weit wird irgendwas falsch geschrieben no egal wir machen dann das so um hier bin ich schon eingeloggt also ich sei dann eingeloggt ihr klickt oben rechts auf my account und ihr werdet hier bei my account sehen download exit lag ihr klickt darauf und nochmal dann speichert ihr es ab in downloads am besten könnt ihr auswählen wo ihr wollt einfach abspeichern ich habe es schon deswegen werde ich nicht das downloaden aber ihr download es jetzt speichert das und sagt mir bescheid im chat wie lange es bei euch dauert so sagt mir bescheid wenn ihr fertig seid mit dem download wenn ihr es wenn ihr es habt fertig gut dann man ich liege kurz alles was ich hier habe pega dann geht ihr auf diesen setup exit lag doppelklicken und starten ja ja deswegen also bei mir ist es weit ich muss wahrscheinlich das kurz schließen dass ich euch zeigen kann ich brauche das nicht dann installieren also kriegt es einfach durch install und so weiter dann installiert das alles bei euch kriegt aber vollständig durch installieren da kommt auch so ein komisches fenster mit so ein dingens mit dem schwarzen kann man sagen mit dem cmd also mit das hier werdet ihr auch bei der installation sehen der pega wird angerufen so was wird auch dann kommen bei der installation die cmd so ihr habt es dann installiert und sagt bescheid wenn ihr es installiert habt ja genauso wenn ihr es installiert haben muss der pc neu starten ihr müsst alle ihr müsst alle neu starten ihr müsst alle eure pcs neu starten ja 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 nach der installation alles richtig macht man machen es auf dem handy an ja ist so halt ja bis gleich boys bis gleich alle alle im chat bis gleich wir hören uns in eine minute so genauso wenn ihr es dann okay ich warte immer noch dann machen wir weiter erst mal über handy hier ja klar deswegen so wenn ihr wieder da sein wenn ihr wieder da seid dann müsst ihr exit lag starten also doppelklicken verbinden euch einloggen also bei mir bei mir ist es schon eingeloggt aber hier müsst ihr das erste mal euren e-mail und euer passwort reinschreiben so sagt mir bescheid wenn ihr dies fenster offen habt sagt mir bescheid wenn ihr das hier offen habt was erkläre ich gerade ich erkläre gerade die ping einstellungen für exit lag für das programm bin fan von chef kochen die haben alle speed pc so leute habt ihr das programm offen wie ich das ist wichtig sagt bescheid wenn ihr es genauso offen habt wie ich ich warte auf euch startet exit lag nachdem nach dem reboot würden pc neu gestartet habt startet das programm jetzt exit lag ab cobox gestartet beweg passwort vergessen uff nice registration wie gesagt ihr müsst euch auch registrieren dass ihr halt traft also den gleichen passwort und so weiter also einfach normal es einfach aufschreibt dass ihr euch immer einloggen könnt und so dass ihr nicht vergesst und so weiter passwort und e-mail du hast den anfang verpasst ich werde es noch auf youtube hochladen das video egal ich mache weiter leute das dauert zu lange ich weiß nicht wenn ihr eine halbe stunde reboot dann seid ihr selber schuld also wir sind jetzt im programm das geht nicht auf ps4 nein es geht nicht auf ps4 so ihr seid ein exit lag das erste was ihr macht ihr klickt auf tools auf tools ja wollen sie aber wort angucken richtig wartet wartet mit fortnite geht ihr zuerst geht ihr auf tools dann markiert ihr diese roten dinger nach rechts hier alle fünf und macht smart optimization an so wie bei mir das muss so an sein by the way das hier ist nicht schlimm wenn es anders ist bei euch kann es ICMP sein bei mir ist es TCP PSH ich könnte genauso ICMP machen so wenn es bei euch ICMP ist also das was bei euch am anfang steht das soll so bleiben smart optimization so tools weiter gehen wir auf FPS Boost macht das hier dieselbe Game Bar in DVR an und dieselbe Interface Last Access Update nur diese zwei Dinge anmachen das Ding ist genauso wenn ihr also ihr könnt mit diesen anderen Optionen auch rumspielen das heißt wir rumspielen ihr könnt mal testen ähm später wenn ihr es schon einmal gestartet habt später könnt ihr das hier und das hier anmachen also fast alle Dinger ich will nur nicht empfehlen das hier also das anzumachen oder das hier alles andere könnt ihr anmachen und probieren vielleicht wird es euch noch mehr helfen mehr FPS bringen es wird besser flüssiger laufen das Game und so weiter aber momentan macht nur das hier an diese zwei Punkte so ähm das müsst ihr bei FPS Boost machen und Traffic Sharp und Multi Internet könnt ihr lassen wie es ist so wir haben es eingestellt jetzt müsst ihr in der Suche äh in der Suche Fortnite schreiben und Fortnite Doppelklicken und hier bei wenn ihr Fortnite an habt müsst ihr diese Liste auswählen ihr geht nach unten auf Europa und jetzt kommt das Wichtigste ihr müsst den richtigen Server wählen wie macht ihr das ihr klickt jeden Frankfurt Server an und schaut auf diese Zahl wo ihr die wenigste also die besten MS Zahlen habt und da wo ihr das niedrigste habt zum Beispiel bei mir ist es jetzt 24 auf Frankfurt 3 und auch auf Frankfurt 4 ähm ich spiele normalerweise auf 3 und hab den ausgewählt wenn ihr alles gleich habt also überall bei euch weiß nicht 25 steht dann wählt einfach Frankfurt 3 also ich mag den Server am meisten der ist am stabilsten bei mir gewesen falls ihr Probleme habt könnt ihr auch mit einem anderen Server probieren aber das ist das Ding ihr könnt mit dem Server wie ihr wollt auswählen und nehmt einfach Frankfurt 3 dann zum Beispiel ich nehm Frankfurt 3 danach ähm hier müsst ihr alles lassen so wie es ist und dann müsst ihr Apply Roots klicken einfach dann werden die Applied und danach gehen wir in Epic Games kann man genauso in A Cup mit den guten Ping spielen ja ist actually possible ich glaube in A Cup kann man genauso mit einem viel besseren Ping dann spielen mit diesem Programm das ist true ich habe es nicht getestet persönlich Leute aber das ist true also das kann wirklich so sein man kann wirklich auf eine bessere Ping bekommen glaube ich damit muss man testen ich teste es mal wahrscheinlich in den nächsten ähm in A Cup Leon was geht fortnite bunt ne fortnite bunt dafür nicht so start an fortnite geht in fortnite rein und bitte ähm genauso ja es ist es gibt in 2 Stunden Turnier es gibt in 2 Stunden Turnier ja und ich will einfach dass ihr jetzt schon in Arena rein qt in Arena in normalen Default Modus rein qt ja und euren Ping einfach testet was ihr für einen Ping habt und genauso dass ihr 2-3 Runden spielt um zu sehen ob der Ping stabil ist und konstant dass es wirklich gut läuft weil erstens dieses Programm heißt nicht dass es bei allen gut funktionieren wird es kann bei den meisten nichts bringen es kann sogar bei paar Leuten es schlechter machen deswegen müsst ihr einfach schauen wie es für euch ist persönlich wenn es zum Beispiel euch von einem 30er Ping auf ein 20er Ping gemacht hat und es stabil läuft dann dann nutzt es dann ist es gut wenn ihr von den 30er Ping 10er Ping bekommt dann ist es gut wenn ihr schon davor 5er Ping hattet oder ein 4er Ping und es gleich geblieben ist dann bringt es nicht viel deswegen müsst ihr schauen persönlich für jeden ob es was bringt und testen ich sag nicht dass es jetzt allen von euch äh bei allen von euch gut funktionieren wird und bei allen stabil sein wird ihr müsst einfach schauen wie es für euch funktioniert ich hoffe ihr versteht das Leute es ist keine Garantie dass es für euch gut ist versteht ja deswegen testet es bitte spielt Arena spielt Creative davor schaut wie stabil es ist und deswegen es kann übelst gut sein Leute wie viel kostet es jetzt komme ich zu der Preisfrage also Leute ihr habt jetzt 3 Tage zum testen das heißt nach 3 Tagen könnt ihr es nicht mehr nutzen aber ihr könnt es kaufen also es gibt genauso einen Preis dafür ja ähm bei mir ist es Dollar bei euch wird es in Euro stehen es gibt einen monatlichen Preis es gibt einen 6-Monats-Preis und 3-Monats-Preis ähm ich habe einen 6-Monats zuerst geholt gehabt wo ich das erste Mal ihn gekauft habe und noch ein gutes Ding ist ich habe mit den Herstellern von ExitLach geschrieben und die haben mir einen Promocode gegeben für einen Rabatt äh für das Programm ähm das heißt wenn ihr es kaufen werdet mit PayPal oder so könnt ihr hier einen Promocode reinschreiben Devis Appline und minus 7 Dollar durch einen Promocode das heißt es wird dann nicht 35 Euro sein sondern nur 28 Euro PogChamp also das habe ich noch deswegen habe ich das genauso nicht gestern ähm deswegen habe ich das auch nicht gestern released weil ich habe noch schon seit einem Monat oder so oder nicht ein Monat sondern ein paar Wochen schon mit denen gesprochen gehabt und so weiter und die haben mir endlich diesen Promocode gemacht deswegen CodeDevice kann man reingeben und ihr bekommt es sogar günstiger das ist gut das heißt ihr könnt wenn es erstens Leute ihr kauft das nur wenn es euch was bringt wenn bei euch der Pink besser geworden ist und ihr in der Arena drei Runden gespielt hat und ihr seht es funktioniert und es ist wirklich geil es funktioniert dann kauft es dann lohnt es sich weil es ist halt besserer Ping bei mir ich habe es gekauft es hat sich gelohnt und die meisten Pro Spieler aus weiß nicht aus Polen aus Ukraine aus Russland aus Weißrussland und so weiter nutzen das und genauso halt weiß ich nicht in anderen Ländern wahrscheinlich auch deswegen wollte ich das in Deutschland genauso zeigen dass es möglich ist und ja es ist übelst also es ist übelst gut wenn es bei euch funktioniert nutzt es und kauft es wenn es nicht funktioniert und ihr seht der Ping ist gleich geblieben und es ist sogar schlechter geworden dann deletet es und nutzt es nicht aber wenn es funktioniert und es bei euch gut läuft dann nutzt es aus wenn es nichts bringt dann schade dann seid ihr unlucky bei manchen bringt es was bei manchen nicht ähm genauso das Ding ist ähm wenn es zum Beispiel mit einem Server nicht funktioniert hat könnt ihr noch genauso auf Frankfurt 1 stellen und probieren wie es mit Frankfurt 1 ist oder mit Frankfurt 4 also ihr versteht was ich meine es gibt verschiedene Server ihr könnt die ausprobieren und wenn mit allen 4 Servern es nicht funktioniert oder es schlecht läuft oder aber ihr seht kein Ergebnis dann bringt es euch dann bringt das Programm sicher euch gar nichts und ihr seid dann ja also unlacko einfach aber ihr habt 3 Tage Zeit Leute jetzt von jetzt aus es auszuprobieren und zu schauen wie es ist ähm ob es gut ist oder nicht und ob es hilft wenn ja dann easy dann seid ihr gucci weil das Ding ist genau so es kann euch euren es kann euren Ping boosten ähm oder es kann einfach nur euren Ping stabilisieren das heißt ihr habt einfach einen stabilen Ping der die ganze Zeit 20 ist und er springt nicht hoch deswegen mein Ping war davor 25-30 jetzt ist er am schwanken von 5 bis 20 ist es gut oder oder er muss er konstanter bleiben ne er kann schwanken er kann schwanken das hängt einfach nur von deinen RSP ab also es kann dieses Programm ihr müsst verstehen Leute dieses Programm kann potenziell euren Ping euer Game stabilisieren aber das heißt es ist nicht safe also es ist nicht sicher mein PC ist gecrasht no das ist vielleicht auch ein Witz aber es kann genauso so sein Leute es kann möglich sein es wie gesagt es gibt keine Garantie jeder hat seinen eigenen PC jeder hat seine eigene Einstellung beim PC euer PC kann sogar crashen euer PC kann sogar totgehen in übert seltenen Fällen ja weil es ist einfach ein neues Programm und so weiter deswegen sonst das ist übel selten ein Prozent einer von 80 Leuten wird vielleicht crashen davon aber sowas gibt es eigentlich das ist einfach wie Skype oder wie Discord oder so das ist nichts besonderes aber ja wie gesagt hat nichts damit zu tun ja er war vielleicht auch ein Witz deswegen wie gesagt Leute es heißt nicht dass es übelst stabil sein wird und es ist nicht garantiert aber ihr müsst es ausprobieren ihr müsst schauen wie es läuft testet die vier Server aus wenn es läuft dann ist es Gucci und ja dann seid ihr dann seid ihr wirklich versichert und habt eine viel längere Zeit einen guten geilen Ping und so weiter und wie gesagt hier CodeDevice beim Auschecken könnt ihr eingeben also ihr habt das alles installiert schon Ausrufezeit Ping gemacht und so weiter ich lade das auf YouTube noch das Video hoch und ich glaube wir sind fertig das Video hoch ich ich